Frau Laag, Sie stellen auf der SPS IPC Drives Ihr neues Sicherheitsmodul aus. Was hebt Ihr Modul denn von bisherigen Ausführungen ab? Gemäß unseres diesjährigen Messe-Mottos Sensorik, Steuerungstechnik, Aktorik, komplett und einfach, stellen wir mit dem neuen PNOTS Multi 2 diese Einfachheit in den Vordergrund, die der Anwender in der Bedienung und in der Anwendung des Gerätes erkennt. Wir haben dabei die Optik unserer Mini-Familie behalten, aber die volle Funktionalität des PNOTS Multi Classic bewährt. Welche Vorteile bieten Sie damit dem Anwender? Die konfigurierbaren Steuerungssysteme PNOTS Multi sind in ihrer Gesamtheit so aufgebaut, dass eine einfache und intuitive Bedienung über das Konfigurationstool PNOTS Multi Konfigurator, eine sehr, sehr detaillierte Diagnosefähigkeit und eine unglaublich große Anzahl von Feldbusmodulen, eine vollkommene Unabhängigkeit von einer Betriebssteuerung ausmacht und damit ein sogenannter weltweiter Sicherheitsstandard etabliert werden konnte. Und für welche Anwendungen ist das Produkt vorgesehen? Die neuen Module, die wir heute dabei haben, sind hauptsächlich dafür gedacht, dezentrale Module anschließen zu können, um direkt im Feld Sensorikinformationen aufzunehmen oder aber auch eine sichere Kommunikation zwischen Basisgeräten durchzuführen, ohne dass dafür ein separater Feldbus notwendig ist. Vielen Dank für den Besuch hier bei der Roten Couch Express. Gerne. Jungen L braucht die Vielen Dank.